Zwischenüberraschung. Kleine Überraschungsfolge AWFNR. Ich habe mir vorgenommen, immer wenn irgendwas Lustiges passiert, irgendwas Besonderes passiert, wie heute zum Beispiel, dann würde ich gerne am Ende noch so eine Zwischenüberraschungsfolge AWFNR aufnehmen. Das habe ich heute getan. Zu Gast ist Imke Sallander, die ist eine Fitness-Influencerin und eine sehr, sehr lustige, sehr fitte Frau aus Hamburg und die hat mich besucht zusammen mit Sebastian Vollmer. Sebastian Vollmer ist ein Football-Spieler, ehemaliger Football-Spieler. Aber wir haben ja auch darüber geredet, wie das so war, mit Tom Brady zu spielen und die sind zu zweit gerade für den Superbowl in L.A. und wer sowieso die ganze Zeit da ist, ist Chris Nanu. Chris, mit dem habe ich einen Podcast, 122 Kilogramm, mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut im Moment und der kommt mich gerade besuchen und ist zum ersten Mal in Amerika und erzählt auch so ein bisschen, wie er das alles so wahrnimmt und wie das alles so ist, wenn man das Ripkey-Spa oder die Ripkey-Kur machen muss bei mir. Der hat nämlich sein Leben in meine Hände gegeben, aber das alles haben wir einfach aufgenommen, eine Stunde gequatscht, vier Leute, kleine Überraschungsfolge, keine Angst, am Dienstag kommt wieder eine Zu-Zweit-Folge. Da ist eine Frau zu Gast am Dienstag, schon mal ein kleiner Hint, aber ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß habt und auch ein bisschen lacht, weil ich habe sehr gelacht in der Folge und wie gesagt, wir haben einfach nur auf Aufnahme gedrückt und darüber gequatscht, wie dieser Tag war und was sonst so passiert. Viel Spaß mit dieser Sonderfolge, Überraschungsfolge AWFNR. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, zu einer Extrafolge live und direkt aus dem Paris-Clubhouse. Ich sitze am Klavier, aber spiele nicht Klavier. Oh, wir können später vielleicht noch Klavier spielen, wenn es geht. Bei mir sitzt Imke. Imke Zalander ist zu Besuch, dann ist Chris Nanu zu Besuch und Sebastian Vollmer zu Besuch. Wir gehen mal so nach den, wie es sich gehört, fangen wir mit der Frau an. Imke, was machst du hier? Kannst du mal kurz mir, also wie würdest du dich, was hast du bei der Einreise in die USA als Beruf angegeben als allererstes? Was ist dein Beruf? Mein Beruf? Also erstmal muss ich sagen, ich bin überhaupt hier, weil du so ein netter Mensch bist und uns netterweise hier aufgenommen hast. Wir wollten dich halt unbedingt besuchen und wir durften einfach so einen Tag mit dir abhängen und das finde ich erstmal richtig geil. Was ich angegeben habe als Beruf, das ist immer sehr schwierig. Ich versuche immer so rumzudrucksen und sage dann immer, ja, ich kreiere Content for Brands und dann droppe ich jetzt erst einmal Under Armour, weil dann sind die so, oh cool, yeah, American, geil. Dann freuen die sich immer. Aber genau, ansonsten sage ich einfach immer Content Creator for Brands. Okay, und du machst viel auf Instagram? Genau. Da folge ich dir schon relativ lang, du hast Joko mal trainiert, da habe ich das zweite Mal von dir gehört und wir haben vorhin kurz am Fahrrad, also es ging los 2016 in deinem Content Creator Leben. Ja, das war bei mir eigentlich so, dass ich da ein bisschen reingeschlittert bin. Ich habe schon immer viel Sport gemacht, wollte früher auch Leistungssport, also Leichtathletik noch professioneller aufziehen, habe mir dann aber richtig schnell überlegt, dass es doch nichts für mich ist, weil in Deutschland einfach der Leistungssport, gerade die Leichtathletik halt nicht so wirklich gut bezahlt wird. Und ich wollte noch so viele andere Sachen machen und zum Beispiel Moderation oder einfach derbe Content vor der Kamera sein, hat mir immer viel Spaß gemacht. 2016 hatte ich dann einfach durch Zufall eigentlich mit Anderarmer Kontakt, weil die Leute gesucht haben, die eben viel aktiv im Sportbereich sind. Und die haben dann quasi zu mir gesagt, hier, wir schicken dir ein paar Klamotten und du machst einfach, was du sowieso machst, Sport und lässt dich dabei aufnehmen. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich da einfach so reingeschlittert ins Instagram. Du bist das, was ich immer sein wollte, einmal in meinem Leben Fitness-Influencer. Das, was du jetzt wirst, glaube ich. Das habe ich mal angegeben, als man bei Instagram nur so drei, vier Sachen auswählen konnte, habe ich Fitness-Influencer angegeben. Ja, du bist doch auch im besten Weg jetzt dazu. I'm trying, I'm trying. Okay, wir kommen gleich nochmal zurück, weil du hast einen Teil des Tages geleitet als Drill-Instructor, würde man sagen. Du hast uns gequält und wir gehen ja gleich mal ein bisschen drüber, was wir heute so gemacht haben. Da kommen wir dann wieder zurück, aber herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Imke. Danke, ich freue mich auch. Als nächstes ist Sebastian Vollmer dran. Der geht uns besuchen. Wo kommst du her? Also du musst nicht mehr einreisen. Hast du einen amerikanischen Pass? Ja, ich habe beides. Ich habe in Deutschland geboren, aufgewachsen und bin mittlerweile wohnt in Florida nach meiner Spielerkarriere. Und meine Anreise war nicht ganz so weit wie Imkes. Aber ja, beide Pässe. Spielerkarriere als American Football Athlete. Ja, dieses Athlet ist immer so, also ich war auch 150 Kilo, also das ist immer so relativ. Aber ja, ich war Probessportler. Aber bei dem Sport kann man sich ja bei Körpermasse auch mal aussuchen, wie athletisch man da sein muss. Zwei Fakten über dich. Erstens, erfolgreichster deutscher Footballer, kann man so sagen. Du hast zwei Superbowl-Ringe gewonnen. Du hast die dabei. Wir haben gerade eben versucht, die Nachbarsjungen damit zu beeindrucken. Die Ringe hat nicht so richtig funktioniert. Die haben mir nicht geglaubt, dass es echte Ringe sind. Aber du hast sie dabei. Oh, wir haben vergessen ein Foto damit zu machen. Ich wollte ein Foto mit den echten Superbowl-Ringen machen. Sie sind ganz schön groß, die Ringe, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Jedes Jahr werden die ja größer. Also wenn man sich die von vor zehn Jahren hat anguckt, das sind die Hälfte. Und dann jeder Eigentümer, der dem Team, also nicht nur die Athleten, sondern eben auch von, keine Ahnung, Förtner, Becker, Therapeuten, alle kriegen halt ein, wollen sich natürlich vom Vorjahr übertrumpfen. Das heißt, die werden immer größer, mehr Diamanten und irgendwann, ja, es ist halt so eine Kette im Prinzip. Du hast aber gewonnen mit den Patriots, richtig? Richtig. Ich habe von 2009 bis 2017 mit den New England Patriots gespielt und da war ich dreimal im Superbowl, zweimal den gewonnen. Ja, also New England Patriots, ja. Und hast O-Line gespielt, habe ich gelernt, das ist die Offensive Line, die quasi einerseits die Running Backs, die Pässe, nee, was sind Running Backs genau? Running Backs, die laufen mit dem Ball. Entschuldigung, ja, okay. Da muss die Offensive Line den Weg, hast du dich also richtig ins Football reingelesen. Also die Running Backs laufen mit dem Ball, da muss der Offensive Line generell den Gegner wegräumen, wegschieben, damit da, ja, Raumgewinn erzielt werden kann. Und dann, ich glaube, die interessantere Sache ist wahrscheinlich, lange Zeit mit Tom Brady gespielt, gerade in Rente gegangen und so weiter, ihn halt zu beschützen, dass die Gegner ihn halt nicht umhauen können im Prinzip. Das sind die zwei Hauptaufgaben, würde ich sagen. Was mich sehr interessiert, du hast ja, also ich habe vorhin gefragt, also Sebastian kann man ja variieren wie in, man kann Basti sagen, man kann Sebo sagen, man kann Vollmer sagen, wie hat Tom Brady dich genannt? Seabass. Seabass. Aber auf Deutsch Wolfsbarsch und deshalb wurde ich in deutschen Medien halt immer irgendwie Wolfsbarsch gegangen und denke mir, wo kommt das denn her? Also es dauert irgendwann, der Fischi, keine Ahnung, aber ja, so läuft es halt irgendwann. Okay, mega. Und mit dem zusammen gewonnen und hast wann aufgehört? 2017. Okay. Und bist jetzt hier warum in L.A.? Ja, weil der Superbowl natürlich ansteht und die ganze Woche vor dem Superbowl für Medien Dinge natürlich gesorgt werden. Pressekonferenz, dass wir nach Deutschland kommen, ist ja jetzt bekannt. Wohin? München und Frankfurt. Okay. Also dieses Jahr nach München und danach nach Frankfurt und dann wechseln sich die Städte ab und dann mal sehen, was in der Zukunft eben passiert. Aber natürlich noch mehrere Dinge. Also einmal, dass das ganze Projekt NFL eben nach Deutschland kommt, ist ein Riesending. Seit Jahren arbeiten wir da dran und endlich ist es halt soweit. Deutschland, der größt und schnellst wachsende Markt für NFL. Von den Zuschauerzahlen, aber auch über Merchandise, diese Dinge. Und die Deutschen haben seit Jahren danach gefragt und jetzt kommt es eben. Und es wird ein Riesenspektakel. Übrigens, ich hoffe, ihr kommt auch, wenn es dann da ist. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dann können wir die zweite Folge dieses... Also ich komme auf jeden Fall. Du musst ja hinfliegen. Ich finde ja so gut, du bist ja da. Chris Nanou ist auch da. Ich habe allerdings noch eine Minifrage zu dieser NFL-Sache, weil ich habe gehört, dass es super schwierig war, Stadien mit den richtigen Kabinen zu finden in Deutschland, weil die sind halt so gebaut, dass da, keine Ahnung, elf Fußballer, 16, was ist so eine Fußballmannschaft, 22. Wie viele Leute sind in so einem Football-Team? Ja, vier. Also das Problem ist halt, du hast 53 im aktiven Kader, dann kommen nochmal zehn im Trainerkader dazu und dann hast du halt noch die Verletzten, die theoretisch mitkommen. Aber dann hast du wahrscheinlich 20 Ärzte dabei, dann hast du nochmal 15 Trainer dabei, dann hast du noch Equipment-Leute, sind auch nochmal 10, 15. Also du reißt ja mit 100 plus Leuten an, easy. Da ist eine Fußballkabine eben... Ein Team, ne? Ein Team, naja, klar, muss mal zwei, na klar, ganz klar. Und dann Equipment, dann hast du, bringst du deine eigenen Eisbäder mit, dein Röntgengerät, deine Ultrasound, deine Nomatex, deine... Das ist ja kein Riesenaufwand wegen diesen... Oh ja, ein ganzes Flugzeug ist voll. Die Stromstecker sind ja alle anders. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Das muss halt alles kontrolliert werden vorher. Das sind halt kleine Dinge, wo du nicht dran denkst. Wir haben mal in London gespielt, mit zwei Fliegern sind wir hingeflogen. Und du kriegst vom Toilettenpapier deine eigene Wasserflaschen, du bringst halt absolut alle... Handtücher, nix wird da gekauft, sondern du bringst halt alles mit, damit deine Routine beibehalten wird. Warum denn Handtücher? Warum denn Klopapier, sag mal. Ich glaube, wir haben einen empfindlichen Po, das muss ja hier auf Klo-Ply. Es muss schön weich sein. Ne, damit halt, keine Ahnung, wenn du auf einmal für 100, 150 Kilo Menschen nicht genug Klopapier hast, dann hast du ja erstmal ein Drama, dass du halt nicht mit dealen möchtest. Und da wird alles eben mitgenommen. Und da brauchst du eben den Platz. Das hört sich alles lustig an, aber am Ende ist es halt echt ein Problem, wenn du da... Dann wüsst du das manchmal. Aber nicht nur die Umkleiden sind das Problem, sondern auch, überleg mal, Fußballmannschaften kommen mit ein oder zwei Bussen an, ein Football-Team mit vier, fünf oder sechs. Vom Platz her in diese Tunnel reinzufahren, eine... Doppeldecker? Wird das nur in London? Für Paul gibt es keine Probleme, er hat nur Lösungen. So ist es nämlich. So ist es. Ob ich es vermisse, das Spiel, meinst du so generell? Ne, das Klopapier und sowas, die hinterhergetragen zu bekommen. Ne, das wird ja nicht hinterhergetragen, der putzt ja keiner den Popo ab. Aber du hast schon so einen Full-Service wahrscheinlich dann, ne? Weil die wollen ja, dass du dich aufs Spiel konzentrierst. Also... Ja, absolut. Also da ist, ähm... Ja, klar, die verdienen mit dir dein Geld und die wollen, dass du deinen Job so gut wie möglich machst. Und alle Distractions, die sie dir wegnehmen können, werden dem Probesportler weggenommen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Krass. Das vermisst du aber nicht. Du bist ja ein überlebensfähiger Mensch, du bist heute Morgen hier um sechs Uhr aufgelaufen. Mit seinem eigenen Klopapier auch. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Imke. Ich sag, wow, jetzt wäre mir ein Wunschkala. Wow, ich sag, schwarz fired. Ne, klar, es ist aber auch eine... Es hat mir mal ein Veteran damals gesagt, dass ich ein Rookie war. Im Prinzip die Welt ist halt, ich sag mal, nicht echt. In der Zeit ist es halt so. Aber sobald du ja natürlich mit dem Beruf aufhörst als Leistungssportler, als Profisportler, ja, irgendwann, wie gesagt, trägt dir halt keiner mehr da Klopapier nach. So schlimm war es jetzt nicht. Aber klar, man muss es ja selber kaufen. Okay, kurz nochmal, um Chris hier zu introducen. Chris ist mein Freund, mit dem ich den 122 Kilo Abnehmen-Podcast betreibe. Ein Problem, was ihr beide übrigens nicht habt. Ihr seid sozusagen fit, wir sind fett. Und am Ende ist es so, dass wir uns da so ein bisschen reingelabert haben. Dass du hast dann gesagt, im Januar arbeite ich nicht. Oder was machst du hier? Warum bist du hier und wie war es bisher? Also wie waren die letzten 24 Stunden? Du bist seit 36 Stunden da? Ja, genau, irgendwie so. Berichte mal, wie war das so? Ja, also erstmal war es so, dass du halt zu mir gesagt hast, du fliegst jetzt hierher. Und dann war ich so, soll ich das jetzt wirklich machen? Und dann dachte ich aber schon die ganze Zeit, ja, wäre schon dumm, das nicht zu machen. Weil also ich war noch nie in den USA, ich habe ja panische Flugangst. Also wirklich, das ist für mich ein Riesenthema. Und dann war ich so, ja, fliegst du jetzt einfach da, Angstbewältigung, du fliegst da jetzt hin. So, das war richtig therapeutisch für mich, so. Flieg dann hierher und komme dann hier an und am Flughafen habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was passiert da jetzt eigentlich in den nächsten 10 Tagen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Dann hast du gesagt, ich hole dich ab, Chris, alles gut. Du bist vorgefahren mit deinem, also erstmal an diesem Flughafen rausgekommen. So, da war natürlich die Hölle los. Alle Autos dreimal so groß wie in Deutschland. Also einfach absurd groß. Ich habe zu dir gesagt, ich habe einmal so einen Range Rover gesehen, der ist da so durchgefahren. Da dachte ich so, was ist das für ein pimmliges Auto, Alter. Da habe ich dann einfach so riesen Karren überall rumgefahren. Und dann kamst du mit deinem Cadillac Escalade. Und dann bin ich da reingejumpt. Und dann hast du gesagt, Chris, und ab jetzt wird losgelassen. Du gibst dein Leben in meine Hände. Du isst, was ich dir hinstelle. Vertrau mir. Ich mache wirklich das Beste mit dir. So ein bisschen wie bei dir in deiner aktiven Football-Karriere. Wie fühlt es sich an? Ja, das ist schon geil. Oder hattest du am Anfang auch so ein bisschen Angst davor, was dich jetzt erwarten könnte? Ja, also ich hatte jetzt keine Furcht. Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe mir schon gedacht, okay gut, also zehn Tage lang bist du hier. Wie läuft es ab? Hast du Bock und hast du nicht so Bock? Und wie werden die Eindrücke? Wird super viel sein? Und du kommst gar nicht hinterher. Und ich habe auch gemerkt, also die ersten zwei Tage war schon hart. Also die ersten zwei Tage war halt so wirklich, Paul war so, okay, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Ich kann es ja ein bisschen abkürzen, aber wir fahren zum Beispiel, also der erste Eindruck war, wir fahren auf diese vollbefahrene Straße hier. Und das ist wirklich absurd. Also das ist, die Leute fahren ein crazy Auto. Dann gibt es irgendwie eine Autospur. Das muss, also das kann ich mir bis heute nicht erklären. Wo es heißt, ganz links dürfen nur Leute fahren, die mit mehreren Leuten im Auto sitzen. Weil ich so denke, was hat das für ein Grund? Ein Carpool. Ja, damit man das unterstützt, dass Leute sich ein Auto teilen. Also gut, also auf jeden Fall super. Also das finde ich so geil, dass Amerika da so green ist, dass sie sagen, wir wollen, dass ihr euch ein Auto teilt. Aber wäre cool, wenn das Auto ein Monster-Truck ist. Oder was? Also das ist doch einwand. Aber gut, dann sind wir da so losgefahren und Paul fährt auf die linke Spur. Und dann sage ich, Paul, ich könnte hier niemals Auto fahren, das ist ja geisteskrank. Und dann war er so, ja. Also hier fängt halt ständig auch mal ein Auto, also ständig passieren hier Unfälle. Und dann war ich so, okay, krass. Und dann war er so, also auch hier, so direkt hier. So, es wird nicht lange dauern. Und dann sagt er so, guck mal nach rechts. Und dann gucke ich nach rechts. Und ich schwöre euch, ich gucke nach rechts. In diesem Moment so ein zusammengecrashter Mini. Und er wusste nicht, dass der kommt. Das war einfach so, der war so, ja, hier passieren ständig Unfälle. Das ist auch hier wahrscheinlich. Und in dem Moment sagt er, guck mal nach rechts. Und ich gucke nach rechts. Und ich war so, das kann ich nicht glauben. Ich dachte, das wäre gestaged. Ich habe gedacht, das hätte er sich ausgedacht. Das hat auch so geraucht. Das hat gequallt. Das war wirklich, das war ein richtiger Unfall. Und das habe ich in Deutschland noch nie auf der Autobahn gesehen. Also wirklich noch nie. Das sah aus wie so ein Hollywood-Set tatsächlich. Also es war viel, viel näher an sowas völlig fake, als dass es echt war. Und wie du immer so nach rechts dann geguckt hast und mich angeguckt hast und dann so einfach nicht mehr verstanden hast, ob das noch Realität ist, was du da gerade siehst oder was da eigentlich passiert. Also tatsächlich ist es so, dass du, also ich habe noch nie so viele Autounfälle gesehen, wie in meiner Zeit, seit ich hier wohne. Ich weiß nicht, du hast ja auch einen guten Vergleich in Florida, ob das da auch so ist oder dann in Boston. Ständig. Also es ist nie ein Berufsverkehr ohne Autounfall. Und was fraglich ist, Speed Limits. In Deutschland auf der Autobahn, je nachdem wo du natürlich bist, kann es ja relativ brettern, da passiert, klar, Unfälle natürlich auch. Statistisch nicht ganz richtig. Also natürlich sind die Deutschen erheblich, also die Todesfälle sind natürlich viel, viel mehr. Ich setze mich da einfach mal wieder in die Ecke. Da haben wir mit Materia letztens besprochen in der Folge, dass das quasi der, also ja, das deutsche Speed Limit ist, was für die Amerikaner die Waffenbesitzfreiheit sozusagen ist. Macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir kein Speed Limit, aber egal. Völlig wohl. Entschuldigung Chris, ich habe dich unterbrochen. Du hast losgelassen dann? Ja, ich habe losgelassen. Hast alles gegessen und getrunken? Wir waren fahren auf dieser Autobahn. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin halt super, also durch die ganze Popkultur krass mit Amerika aufgewachsen, so Filme geschaut, die Musik gehört, also dann fahren wir so durch und ich dachte so, da ist kommt und da ist Hollywood. Und ich denke mir so, alter, was ein Film, alter. So kommen wir dann irgendwann, dann kamen wir irgendwann an bei Paul und dann hat er, und dann ging es eigentlich schon, da muss ich jetzt mal, da muss ich mir ins Handy schauen, ich habe es mir genau aufgeschrieben, mit was alles losgegangen ist. Es war nämlich dann, es hat eine Prozedur angefangen, so, da wirklich verrückt wurde. Er hat gesagt, duschen, dann kam ich aus der Dusche raus und dann gab es Essen, dann gab es sehr healthy, leckere Tacos. Ja, richtig, so, mit sehr, sehr gutem Gemüse drin, also wir haben sowieso sehr viel gutes Gemüse gegessen. Wie hast du gemacht, Paul? Ja, ja. Dann haben wir uns auf diese geilen E-Bikes geschwungen, mit denen wir heute auch schon durch die Gegend gefahren sind. Da sind wir auch fern jetzt. Ja, sind die ganze Zeit damit rumgecruised. Dann waren wir in der Sauna. Paul meinte so, jetzt gehen wir in die Sauna. Okay, alles klar, Paul, ab in die Sauna. Wie gesagt, ich bin an dem Tag gelandet. Also ich war auch einfach so, ich wollte eigentlich auch einfach nichts mehr machen, aber dann war ich so, komm, scheißegal, jetzt Sauna, dann Eisbad. Rein ins Eisbad, drei Minuten ins Eisbad, komme gleich wahrscheinlich nochmal zu. Du hast da auch eine Story zu erzählen, glaube ich. Und dann Whirlpool, nach dem Whirlpool unter die Infrarotheizung, dann nochmal in den Massagestuhl, der in Paul's Garage steht. Was dafür, ich habe von mir aus, so ein Szenario ist. So, man geht einfach so, da liegen so irgendwie so Öllampen oder so. Ich weiß nicht, keine Öllampen, aber was halt so in der Garage rumstehen, so eine Werkzeugkiste. Und bei Paul einfach wirklich, also es sieht wirklich aus wie, es gibt in Star Wars diese Szene so, wenn die so in Tatooine sind und da gibt es dann diese verrückten Leute, wenn sie diese Racer bauen und in diesen Garagen, so sieht es auch bei Paul aus, also es stehen die verrücktesten Geräte rum, also dass da nicht so ein kleiner Druide noch rumläuft und so Sachen zusammenschraubt ist alles. Den hast du nur noch nicht gesehen. Ja, und dann haben wir da halt irgendwie gesagt, hat er gesagt, jetzt setze dich mal hier hin. Und dann hat er mit so einem Holz, hat er so ein Holz angemacht, hat gemeint, jetzt ist das für die Geister, für die bösen Geister. Und dann lag ich da drin und wurde von so einem Stuhl massiert. Und dann hat er die Tür zugemacht. Und dann habe ich zum ersten Mal kurz nachgedacht und dachte, krass, ich bin so seit acht Stunden hier. Jetzt liege ich in einem Massagestuhl bei Paul Ripke in der Garage. Der ist rausgegangen, hier ist so ein Holz am Abglimmen. Und du weißt nicht mal, ob er wiederkommt. Was geht eigentlich ab? Ja, und dann hat er mir noch irgendwie so 20 Drinks hingestellt. Ich habe gesagt, das musst du mal trinken. Das ist alle Farben von Getränken. Kein Alkohol. Nee, kein Alkohol. Also es waren wirklich so sehr gesunde Getränke. Dann hat er irgendwann immer irgendwelche Inhaltsstoffe gesagt. Dann hat er gemeint, hier, Calcium oder sowas. Dann habe ich das Zeug getrunken. Und dann hat er mir eine Pille in den Mund geworfen. Dann hat er gemeint, hier, Magnesium, Karotten oder Karotie. Ich weiß nicht, was das alles war. Vitamine, irgendwas. Du hast aber schon ein sehr hohes Grundvertrauen. Und ich sage, setz dich mal hin, ich fütter dich mal. Ja, ja, ja. Ich bin einfach nur so, na gut. Ich war einfach nur müde wahrscheinlich. Wenn dir man alles machen kann. Aber dann ins Bett gegangen, fantastisch geschlafen. Und am nächsten Morgen krass schwimmen gewesen. Und dann hatten wir auch ein Seil. Und jetzt heute mit euch natürlich. Also es war schon wild. Und ich meine, es ging ja genauso weiter. Also ihr wart ja um irgendwie um halb sechs heute Morgen hier. Und um sechs, glaube ich. Um sechs bist du die Tür reingelaufen. Ja, viertel vor. Ich hatte es schon gewundert. Wo muss ich denn hier hin? Ja, das stehen wir natürlich bei ihm vor dem Shop direkt. Aber hier wart schon am Arbeiten. Viertel vor sechs waren wir da. Aber weil ich immer frage hier, wie du eigentlich erwerbstätig, was du eigentlich so machst, wie kannst du dein ganzes Leben da so finanzieren. Schon wild. Also schon drei Tage Paul-Ribke-Experience ist schon. Wie viele Sterne würde ich so als Uber? Also wenn es so Jochen Schweizer-mäßig wäre. Ja, ist schon krass. Ah, für was für einen Preis könnte ich das die letzten drei Tage in deinem Leben anbieten? Also was wäre ein angemessener Preis bei Jochen Schweizer? Genug geträumt, jetzt wird erlebt. Also pro Tag, ja pro Tag 2000 Euro. Musst du machen. Gibt es niemanden, der das bucht? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es Leute, die das buchen würden. Naja gut, ich bekomme es ja für umsonst, Gott sei Dank. Aber ich bin ja Testimonial. Also ich mache ja dafür Werbung. Aber es ist schon abgefahren. Also ich meine, und das Problem ist, mit dem Paul kann man auch nicht so richtig reden. Also es ist jetzt nicht so, dass der mir dann immer genau erklärt, was so alles passiert. Ich sage zum Beispiel, was ist denn am Sonntag zum Beispiel? Dann sagt er, ja, kann ich nicht drüber reden. Also irgendwie so, das Superbowl. Dann sage ich so, was passiert? Dann sagt er, können wir nicht drüber reden. Okay, gut. Dann, wir haben, was wir am Donnerstag sagen, sagt er, ja pass auf, da fahren wir irgendwie fünf Stunden in die Wüste. Dann sage ich so, okay, und wie kommen wir da alle hin? Dann sagt er, das klären wir noch. Und ich habe so das Gefühl, bei Paul, das ist wirklich wie auch diese fünfspurige Autobahn im Kopf. Und dann so immer, der schafft es wirklich immer kurz bevor dann, bevor der Moment ist, sagt er dann so, okay, also wir machen es so. Und dann hat er den Plan. Ist schon ein Talent von dir, ne? So auf, cross the bridge when you reach it, ist der Begriff dafür. So lebe ich einfach wirklich schon seit sechs, sieben Jahren. Aber das ist krass. Das ist ganz großartig. Du hast nicht so lang-term Pläne, machst du nicht, ne? Null. Hast du dich dafür entschieden, dich gedanklich so umzustellen? Gab es da einen Grund für? Das ist das, was ich besser kann tatsächlich. Also ich bin total schlecht vorbereitet und am Samstag in Ruhe. Wir reden dreimal darüber und dann gucken wir uns die Location an und dann machen wir dieses Foto oder Video oder was auch immer. Sondern ich meine, wenn überhaupt irgendein Talent ist, kurzfristig irgendwo reingeworfen werden und da dann irgendwie aus den bestehenden Zutaten das Beste machen. Also ich meine, wir haben, also, aber, also, ich wusste jetzt heute auch nicht ganz genau, was wir machen und, also, wir hatten ja einen ganz guten Tag, ne? Also außer der Sonnenbrand von Chris. Ipke, du kamst um Viertel vor sechs dann irgendwann, nee, um zehn vor sechs auch zu uns. Ja. Und ich habe auf jeden Fall schon Chris auch so wahrgenommen, dass der einfach gemacht hat und Paul sagt, ja, so zieh dich jetzt um. Ja. Und dann wird er sich einfach umgezogen. Ohne zu wissen, was jetzt eigentlich passiert. Ja, so wie zu anhalten. Ja, okay. Wir gehen zu surfen, alles klar. Damit ist unser Tag gestartet mit Surfen. Bei, wo waren wir, weißt du es noch? Ja, wie heißt er? Blackies. Stark, stark. Sag nochmal, wie? Blackies. Blackies, ah. Blackies bei der See. Da war ich, glaube ich, noch nicht so richtig wach. Aber spätestens nach der ersten Welle war ich auf jeden Fall mehr als wach. Dich hat es schön gewaschen. Mich hat es so einmal runtergescheppert oder eigentlich die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Apropos scheppern, ganz kurz. Zuerst hat es woanders gescheppert, wenn du das kurz sagen. Also, keine, keine, keine Ahnung, Video und nichts ist passiert. Doch, die Nachbarn haben gefragt. Die Nachbarn haben, das ist kein Spaß, da hast du gar nicht mitgekriegt. Vorhin kamen die Nachbarn um die Ecke und meinten so, was denn hier um, keine Ahnung, kurz vor, kurz nach Sex so laut gewesen wäre. Was denn passiert wäre? Nix. Da haben wir gesagt, da hat sich den Superbowl-Typen runtergescheppert. Mach mal an die Imke-Stomm, bitte. Erzähl mal, wie du das war, genau. Also, wir sind... Er ist da scheppern? Ja. Laut. Geil, das ist jetzt wie, wir machen es so ein bisschen wie im Film, Acht-Blick-Winkel. Jeder kann mal so seine Sicht erzählen. Und dann am Ende kommst du, Sebastian. Nix. Das ist einfach gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Nee, also, gut, dann, ich erzähl mal meinen Blickwinkel hier. Netterweise, Paul, wie gesagt, hatte uns allen die E-Bikes zur Verfügung gestellt mit einer Halterung für die Surfbretter. Natürlich, wenn man... Ich bin 2,05 Meter groß, 100, keine Ahnung, 20 Kilo. Also, ich bin ja nicht der kleinste... Das ist ein großer Mann. Ja, nicht der kleinste Mensch. Aber ich kriege das kleinste Bike mit dem größten Brett an der Seite. Nee, das stimmt nicht. Das ist das Gorilla-Bike. Da hat man so... Das fand ich in der Vorstellung lustig. Das heißt nämlich so, wenn man so wie so ein Gorilla da draufsteht, sehr kompakt, sagen wir so. Habe ich aber auch gemerkt, als du versucht hast, aufzusteigen, war das jetzt nicht die beste Wahl. Nein, aber, was ja noch für schlummer war, die Halterung für das Surfbrett war auch noch lose. Wussten wir, vorher hat Paul auch gesehen, hat mal dreimal rumgerüttelt und sagte, warum ist das so lose? Und es war die Elevator-Boys übrigens. Und es ist dann auf seinen Bike-Gestiegen einfach losgefahren. Ich dachte, komm, ich war einfach mal hinterher, weil... Das ist aber genau das, was ich meine. Das ist genau Paul. Das ist das. Das warst du zu 100 Prozent. Problem lösen wir später. Cross the bridge when you reach it. Und dann kam diese Brücke. Die Brücke war ungefähr 10 Meter weg. Ich war ganz hinten dran. Brett auf dem Boden. Sebastian Vollmer auf dem Burschen. Also es hat sich... Nach Judo-Rolle. Also es hat sich wirklich... Also es hat sich verkeilt. Genau. Mit dem Boden. Und dann bist du... Also da runtergeflogen. Das war ja quasi... Hast du meinen Touchdown dann auch selbst erzielt eigentlich? In einem NFL-Spiel? Du könntest mich auch mal fragen, wie oft ist der Ball mal in der Hand halt. Also genauso pointless. Also nein. Nie. Aber manchmal springen die ja so rein in die Endzone. Und so sah das aus. Aber das ist schon athletisch, wenn du das so beschreibst. Das ist ultra-athletisch. Also wie du das gemacht hast. Wie eine Katze. Vielleicht brauchen wir das Video. Wir haben uns auch alle drei... Keiner von uns hat sich um dich Sorgen gemacht. Wir haben alle nur gesagt, krass, wie hat er sich gerade abgerollt. Krass. Ist mein Surfbrett noch okay? Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich habe mich sehr um dich gesorgt. Und ich habe mich ganz ehrlich ums Surfbrett sehr besorgt. Und dann ums Fahrrad. Aber es war zum Glück alles heil. Und dann hat Paul mein halb zerstörtes E-Bike mitgenommen. Ist damit gefahren. Ich habe dann das andere gekommen. Also long story short. Nothing happened. Es hat gescheppert. Aber die Nachbarn, die haben sich schon beschwert. Also das war... Die sind vorhin schon nochmal alle gekommen. Da muss ich da gar nicht mal vorbeigehen und denen sagen. Also anstatt beschweren. Ich hätte mir halt hier, keine Ahnung, meine Schulter ausrenken können. Und da war so heute Community-Versammlung irgendwie. Die treffen sich irgendwie einmal die Woche. Um 6 Uhr morgens? Nee, die haben sich aber dann abends alle besprochen und so. Und Paul, ich meine... Schon sauer. Als Deutscher, da weiß man eh nicht, wie lange darf man hier noch wohnen. Und da muss er sich ganz schön erklären anscheinend heute. Das war irgendwie schon so. Was war da wieder bei dir los? Okay, da ist einfach ein 2 Meter großer Football-Spieler einmal umgefallen. Kennen Sie das Gorilla-Bike? Aber es hat gescheppert und wo es scheppert, ist der Seabass nicht weit. Unter anderem waren Blackies bei Ipke was, aber die erste Welle. Es war also... Wir sind dann ins Wasser. Wie war so... Erstmal haben wir Trockenübungen gemacht natürlich, wie die Profis. Ich war da wie ein Coach, oder nicht? Ja, da lief auch alles richtig gut noch. Also da hast du uns auch gelobt, wenn wir das gut gemacht haben, die Übungen. Weiß ich noch genau. Gut hochgesprungen, gefangen. Deutlich einfacher auf dem Sand übrigens. Wir waren sehr voller Zuversicht und dann sind wir reingerannt und nach der ersten Welle wusste man schon, yo, hier kommst du heute nicht weit. Nicht zumindest. Aber es hat trotzdem vollkreis Spaß gemacht. Also man wird einfach so wach und man denkt sich echt so... Ich meine, wie lange waren wir im Wasser? Ich kann es gar nicht sagen. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Also kurz. Kam mir ein bisschen länger vor. Aber auf jeden Fall denkt man danach einfach, wow, ey, das ist gerade mal 7 Uhr und wir haben schon richtig was geschafft. Man ist ultra wach und du bist auf irgendeinen Stachelding getreten. Was ich halt... Oh, ja. Du kannst das Mikro ein bisschen näher reinnehmen. Oh, Paul. Aber du gerade piepst was. Das ist die Alarmanlage vom Tattoo-Studio. Das ist live-Sound-Denken. Situation so cool, Freunde. Wir sind im Wasser, versuchen zu surfen, also das wirklich surfen zu nennen, wäre ein bisschen übertrieben. Aber du siehst halt A, Schulkinder, die es vor der Schule halt noch machen, die übrigens viel besser sind in allem. Erheblich. Also, ja. Nein, 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 nein. Auch als ich. Also, hunderttausend Mal. Das ist total krass. Unfassbar, wie gut du es ist. Und dann siehst du halt, keine Ahnung, wir gehen aus dem Wasser raus. Zwei von uns haben überlebt. Im König. Und, ja, aber dann siehst du halt die anderen Kinder halt zur Schule gehen. Es hat ein richtig cooles, so Sonnenaufgang, Surfen, Schule, war eine coole, beeindruckende Situation, fand ich. Eine Netflix-Sendung, ne? Ja, voll. Richtig cool. Ich meine, das ist ja schon surreal, ne? Ja, wirklich. Also, wir müssen das mal ganz kurz in Relation setzen, ne? Ich meine, das hören ja jetzt hauptsächlich Leute aus Deutschland. Und die denken sich so, warte mal, was? So, die gehen surfen und dann gehen die zur Schule. Das ist absurd. Aber das ist natürlich mega geil. Und du guckst dir das Ziel so an und bist so, ja klar, warum wohne ich in Deutschland? Wieso bin ich dann so bescheuert? Aber es ist schon abgefahren. Wie war denn deine Surfen-Experience? Ja, also ich bin, natürlich habe ich die Trockenübungen am Anfang gemacht. Also erstmal ganz kurz muss ich sagen, ich bin astrein dahin gefahren zum Strand. Ohne Zwischenfall. Kann nicht jeder behaupten. Ja, kann nicht jeder behaupten, dann geht's schon mal los. Und dann bin ich da mit meinem, also erstmal fand ich, sahen wir genial aus. Wir haben auch auf deinem Instagram-Profil ein heftiges Foto hochgeladen. Also du hast ein heftiges Foto hochgeladen von uns beiden. Da kann man nochmal gucken, wie so, also wir wiegen ungefähr gleich viel, aber wie sich so 120 Kilo auf zwei verschiedenen Körper verteilen können. Das ist auch für dich ein interessantes Beispiel. Ja, ich sag mal, wir sehen, also ist das schon so ein Neopren-Anzug, weil Wasser ist schon kalt und heute Morgen war es auch kalt. Bist du halt schon, also wenn man halt da so reingepresst wird, schon so wie Prellwurst. Das war so, du brauchst eine halbe Stunde, bis du da überhaupt drin bist. Also das stimmt. Ja, und dann sind wir irgendwann ins Wasser gegangen, Paul hat mich reingeschoben und dann hab ich kurz gedacht, ich hab's voll raus und bin dann so mitgepaddelt und das mit dem Paddeln hat Spaß gemacht. Und dann hab ich mir, ich hab mich gestern so ein bisschen verletzt und dann hab ich mir so heftig... Nee, ey, das war auch so eine Situation. Wir kommen, also Paul und ich waren so morgens unterwegs zum Schwimmen und dann meinte Paul so, geh doch barfuß. Und dann war ich so, nee, wenn ich barfuß gehe, dann war er so, hä, doch klar, barfuß. Und dann war ich so, na, ist völlig dunkel. Ich weiß nicht, ob ich barfuß laufen will. Und Paul war so die ganze Zeit so, doch, doch, auf jeden Fall barfuß. Und ich war so, nee, hab so meine Schuhe angezogen, bin hingelaufen, wir waren schwimmen und auf dem Rückweg dachte ich, naja, jetzt mit den nassen Füßen da nochmal in die Schuhe rein, find ich irgendwie eklig. Also bin ich dann barfuß gelaufen, wie Paul mir das halt auch vorher die ganze Zeit erklärt hat, was man eigentlich machen sollte. Und der dritte Schritt war, dass ich mich an so einem Parkteil einfach so Fuß dermaßen aufgeklatscht hab, dass ich gesagt hab, ich dachte wirklich kurz, der steht offen. Und dann war der halt einfach komplett blau und da hab ich mir heute irgendwie zweimal Surfbrett rangehauen direkt natürlich. Und dann hat's weh getan und dann hab ich gesagt, ihr könnt mal euren Surfkram, da könnt ihr jetzt mal schön alleine machen. Und Paul hat sich ja dann, du bist ja auch noch auf was drauf gedreht. Also es ist mir vor zwei Wochen schon passiert und jetzt ist es genau so wieder passiert und bin in Rochen getreten. Ja, du hast uns noch gewarnt, du meinst, so hier sind Rochen, nicht drauf treten. Zack, drauf treten. Ist auch übrigens eine geile Warnung, weil siehst du ja nicht. Ja, das ist ja null. Man soll schuffeln, hab ich gelernt. Also schuffeln heißt, dass man so kleine, watschelentige Schritte geht, dann passiert das nicht. Aber fairerweise war es jetzt nicht ganz so einfach, jeden von euch da reinzuschieben die ganze Zeit. Und deswegen, bei dir im Kissen nichts passiert. Aber als ich die 220-Kilo-Kolosse da reinschieben musste in die Wellen, da ist es nämlich passiert. Und da bin ich halt auf einen draufgetreten und dann hat er so drei Zentimeter über meinem Einstichsloch und so Dings. Und dann denkt man am Anfang nur so, nee, das ist wie so ein kleiner Stromschlag. Und fairerweise war ich wirklich bald wieder im Wasser und war wieder so, ja, aber das kann doch jetzt nicht sein, dass das nochmal passiert. Und das kann nicht und was auch immer. Und wir haben ja noch ein bisschen weiter gemacht. Aber als ich dann draußen war, hat es ja dann doch sehr geblutet. Also es war dann leider... Das war eine richtige Wunde. Kurz vor sieben und wir haben schon zwei in Berlin gehabt. Ich habe dir ja angeboten, drauf zu pinkeln, aber anscheinend... Wärmepflaster helfen. Aber das war Wahnsinnsbilder. Also ich habe die Drohnenflüge gesehen. Heftig, Leute. Ihr habt richtig geil ausgesehen. Wie das so aus, als hätten wir drauf gesteckt? Nee, ich finde auch... Also ich habe mir das ja angeschaut von draußen so ein bisschen und habe so ein bisschen geguckt, dass nichts geklaut wird. Und ich finde, also ihr habt euch teilweise sehr, 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 sehr gut gemacht. Also du hast ja einmal richtig gestanden, Sebastian. Also das habe ich genau gesehen. Und du, finde ich, warst auch mal so ganz kurz obendrauf gestanden und dann hat sich rumgerissen. Ich finde, für die erste Surfstunde ist es schon wahnsinnig. War okay, ne? Doch. Imke ist super, Sebastian sowieso. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen, haben wir gesagt. Und du saßt auch bei den, wobei ihr beide habt, die Trockenübungen sehr, sehr gut gemacht. Oh, danke. Also das hat schon sehr professionell ausgesehen. Und das war auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin heute mehr so dabei. Du hast dich schon im Workout gesehen. Dann ab in den Jacuzzi, ein bisschen Acai-Bowl. Ja, Frühstück in den Jacuzzi. Das war übrigens mein allererster Acai-Bowl. Ich habe es noch nie gegessen vorher. Und wie war es? Sehr lecker. Wie flüssiger Zucker. Wahrscheinlich nicht so gesund, oder? Für uns. Es war schon viel, es ist keine Ahnung, Honig oder was drüber. Ich bin kein Fan von immer so sagen, das ist gesund und das ist ungesund. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass es sehr zuckerlastig ist. Das schon. Das ist jetzt gesund, das ist ungesund. Ja, ja. Was ist gesundes jetzt? Es war lecker. Es gibt deutlich Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, ja. Ich habe das gegessen und dachte, krass, hat einer den Code geknackt. Es schmeckt wie ein Dessert, ist aber gesund. Möglich, das war. Und habe mir das Zeug da reingeschaufelt. Oh, da habe ich nichts gesagt. Ja. Aber wir haben es im Jacuzzi zu uns genommen und sind dann, was war deine, ich habe den Überblick verloren. Dann sind wir beide, da hast du gesagt, du, ich habe noch ein Eisbecken oben und dann war Sebastian schon so, ah, schön für dich. Ja, das war, ich habe ja meine, ich habe Eis in die Yasa Ibo, ich habe genug Kaltes in meiner Hand, ihr macht immer. Ja, du musstest es ja auch beruflich die ganze Zeit machen, nachspielen, oder? Das stimmt, vor und danach und irgendwann, ja, ne, ich bin im Warmen geblieben. So schlimm war es nicht. Aber das hast du ganz schön performt, Imke, ehrlich gesagt. Danke, das hat aber auch Spaß gemacht. Relativ crazy. Das war gerade eine Lüge. Während ich das gesagt habe, habe ich kurz gemerkt, krass, das ist gerade richtig die Lüge. Also es macht mir das natürlich nicht Spaß, aber das Gefühl danach ist einfach so krass. Und du hast gesagt, wir machen das jetzt. Und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt auch nicht die Person sein, die sagt, äh, ich mache doch nicht mit. Und dann sind wir da hoch und ich habe das Becken gesehen und ich dachte so, okay, das kann jetzt echt nicht so schwer sein. Und dann haben wir schnickscher Schluck gemacht, ich habe verloren, musste als erstes rein. Und dann ging es los. Für drei Minuten haben wir uns gesagt. Dann habe ich mich da reingesetzt. Du warst fünf Minuten. Wie kalt ist das? Drei Grad Celsius. Wie ist das kalt? War Eis drin? Ne, das ist ein Produkt aus dem Weed-Anbau-Business tatsächlich. Also hier gibt es ganz viele Firmen, die brauchen Kühlung zum Gewächshausanbau und nichts ist mehr als Marihuana-Anbau. Und deswegen gibt es da so super High-End-Pumpen, die quasi Wasser kühlen, was es vor zehn Jahren anscheinend noch nicht gab, weil es da ja noch nicht legal war. Und diese Pumpe ist, äh, pumpt dann da so Wasser die ganze Zeit durch und hält es die ganze Zeit auf drei Grad. Was fairerweise tatsächlich fast schlimmer ist als Eis teilweise, weil das Wasser die ganze Zeit in Bewegung ist. Und deswegen sich das noch kälter anfühlt, als es eigentlich tatsächlich ist. Und aber also Imker hat bei vorn fünf Minuten, ohne zu zucken, hast ein bisschen gezittert. Also aber. Ganz schön gezittert. Ja. Und Lippen waren danach blau. Ja, das stimmt. Das, ja, durchblutungsmäßig. Aber das hat Chris auch beim ersten Mal. Hast du auch drei Minuten gemacht? Ich auch. Also Eisbaden haben wir alle einmal. Und du machst es jeden Tag, ne? Versuch es. Ja. Also ich kann das schon verstehen, weil danach, wie gesagt, der Körper schüttet, glaube ich, richtig so Glückshormone aus und man hat diesen Nachheizeffekt. Du merkst richtig, wie dein Körper so arbeitet und dich wieder aufheizt. Und das ist schon irgendwie echt cool. Aber ich kann mir auch vorstellen, das ist eine dieser Sachen, die ist, glaube ich, immer scheiße. Egal, wie oft du es machst. Das wird, glaube ich, nicht besser. Ja. So wie Burpees. Ja, genau wie Burpees, genauso. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Da warst du dann die Chefin. Also wir haben Sport gemacht. Wir haben Sport gemacht. Und dann hat Imke übernommen. Dann wurde tatsächlich, du warst ja wirklich mega nett, bis 10.52 Uhr. Und dann kam Kimke Jong-Ung um die Ecke. Also da hat sich der Ton verändert tatsächlich. Also in dem Moment, wo du gesagt hast, jetzt wird es hier trainiert. Das war krass, Chris, oder? Wirklich, also wirklich richtig. Der Boss hat sich eingeloggt. Also es war absurd. Ich war auch die ganze Zeit so, ey, das wird heute entspannt. Die macht da ein paar Übungen. Und ich dachte auch die ganze Zeit so, ich glaube, heute geht es eher so darum, dass ein Video am Ende dasteht. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Ja, ich dachte die ganze Zeit, ey, wir machen da so vier, fünf Sachen. So ein paar Slow-Mo-Aufnahmen, damit wir so tun, als ob wir Burpees gemacht haben. Aber so war das nicht. Also erst mal war es so, dass ich gesagt habe, wir gehen zur Mittagshitze, 12 Uhr, das ist witzig, weil dann ist richtig Sonne. Und ich war so, ja, okay, cool. Das ist halt für mich halt furchtbar. Und dann ging es los und dann hast du da so ein Zirkeltraining aufgebaut und hast uns alles einmal gezeigt. Und dann hast du gesagt, das machen wir jetzt viermal. Und da habe ich genau in der Sekunde gewusst, na, das werde ich auf gar keinen Fall machen. Ich dachte halt, wir machen das einmal und ich war schon so, nein, das werde ich hoffentlich schaffen. Und dann hast du gesagt, das war für mich vielmal. Und da war ich, das war wirklich für mich, als hätte jemand, als hätte jemand was ganz Verrücktes gesagt. Ich habe, ich habe noch im Ohr, wie du vorhin gesagt hast, ganz, du warst irgendwo in der Ecke und du dachtest, ich höre das nicht, hast du gesagt, heute Morgen war Imke noch voll nett und entspannt. Ja, aber ja, da gibt es keine. Du warst einfach wirklich, ich habe dich angeguckt und habe gesagt, das ist eine ganz böse Frau. Also er ist von Grund auf böse Frau geworden. Das ist wirklich der Wolf im Schafspelz gewesen morgens. Aber ich wollte doch nur euer Beste. Ja, das ist natürlich. Aber ich muss auch dafür sagen, ich meine, bei dir, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, ist da nochmal ein bisschen eine andere Ausgangslage als bei Paul. Weil Paul macht ja schon viel Sport auf Fahrradfahren und auch von Kindheit auf sehr viel Sport gemacht. Und bei dir, du hast eigentlich gar keine Grundfitness, ne? Ne, null. Hast du als Kind Sport gemacht? Das ist genau das. Das hört man. Jetzt hört man es. Hast du als Kind Sport gemacht? Irgendwas? Ja, also ich habe als Kind, also ich war im Tischlinis war ich zum Beispiel ganz lange. Achso, Sport gemacht habe ich gefahren. Und ich war auch im Trampolinverein. Okay. Und wirklich. Und ich war im Badmintonverein. Und ich war ganz kurz beim Fußball. Und Basketball habe ich tatsächlich gespielt. Also Basketball habe ich wirklich drei Jahre lang gespielt. Das war das Längste, was ich gemacht habe. Aber ab da, 12, 13, 14. Und habe damit aber aufgehört, weil wir da immer so viel Liegestützen, oder wie ich so denn die Lügestütze, wenn keiner guckt. Und dann aber, da habe ich gemerkt, dass diese Fitnessgeschichte ums Basketballspiel rum, also ich bin halt so, ich glaube so Competitive Sachen, die kann ich voll gut. Also wenn wir jetzt so Fußball spielen gehen oder Beachvolleyball oder Basketball, mega, sowas liebe ich. Aber wenn es dann so ein Kram ist, wie man liegt irgendwo rum, so auf einer Muschel und dann muss man dann irgendwie da so Liegestütze machen, das kriege ich nicht hin. Also machen wir beim nächsten Workout, machen wir uns einfach gegeneinander dann. Ne, so gegeneinander Workout ist auch, also gerade gegen dich, das ist ja natürlich absurd, das ist wie wenn ich gegen ihn jetzt Football spiele, das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn wir sagen würden, wir machen all was, was wir noch nie gemacht haben und alle gleich gut können ungefähr, das fände ich geil. Okay, ich überlege mir was. Ja, surfen. Ja, surfen zum Beispiel. Stimmt. Aber da bist du relativ schnell wieder rausgegangen. Ja gut, da war ich verletzt. Also ich sitze und fahre da jetzt raus. Aber wie geht es dir denn jetzt eigentlich nach dem Workout? Hattest du danach wenigstens so ein bisschen Glückshormone? Ich glaube, danach war die erstmal schlecht, ne? Ne, mir ist immer noch ein bisschen schlecht, also es ist halt, die Sonne war einfach zu viel für mich heute. Das kann man am Ende des Tages schon sagen. Okay. Sehr viel Hitze hier und das ist, ich bin natürlich ein sehr heller Hauttyp und ich habe so eine edle Blässe für alle, die mich nicht kennen. Und das ist natürlich richtig problematisch. Und ich habe dann irgendwann mich in so einen Schatten gesetzt und Imke kam dann und hat gesagt so, ja mach so einen Seestern irgendwie. Oder was? Ist der der Seestern eigentlich gewesen? Also das war folgendermaßen, du lagst ja auf dem Rücken und dann habe ich gesagt, komm eine Runde machst du noch mit. Und dann hast du gesagt, ich bewege mich hier kein Meter mehr. Und dann habe ich gesagt, alles klar, kein Problem, Kollege, bleibst halt im Schatten, gebe ich dir hier ein paar Übungen. Und dann wollte ich dir eine Übung geben und dann meintest du, nee, also ich kann mich jetzt auf keinen Fall auf den Bauch drehen. Alles klar, dann kriegst du vier Übungen für den Rücken und eine war der Seestern. Und das ist eben diese Übung, wo du wirklich so liegst wie ein Seestern und dann führst du die rechte Hand zum linken Fuß quasi und machst so ein Klappmesser, aber diagonal, für die diagonale Bauchmuskulatur. Das hat, glaube ich, aus der Ferne ganz okay auszusehen. Das habe ich gut gemacht, also da will ich auch nochmal ganz kurz sagen, die habe ich auf jeden Fall hinbekommen, die Übung. Ich habe richtig Probleme mit dem unteren Rücken, muss man auch dazu sagen. Also ich habe da so, ich habe da irgendwie, habe ich irgendwas und dann ist es für mich sauschwer, da so Sachen zu machen mit. Also wenn alles was, der untere Rücken, was den beansprucht, da habe ich ein großes Problem mit. Das ist leider viel beim Sport, also wirklich, es ist alles. Ja, aber kann man da nicht was tun? Also ist das, weil er zu schwach ist oder ist da richtig ein Loch drin oder so? Ich habe mich beim Basketball, ich habe einen Ball aufgehoben und vor, no joke, vor zwei Jahren, also genau, so ist meine Karriere geendet. Und seitdem, denke ich mir, naja, wenn es hochkommt, noch 60 Jahre. Warum verrückt machen? So, warum soll ich, also jetzt fange ich nochmal an. Nee, das war irgendwie vor zwei Jahren und dann habe ich alleine Basketball gespielt und da saßen so Kids, also die waren alle so 16, 17, haben so coole Musik gehört. Und dann wollte ich irgendwie so einen Ball irgendwie so easy aufheben, wollte den nochmal reinwerfen. Das war so eine, es war so eine, so unnatürliche Bewegung, die ich da gemacht habe, weil ich irgendwie cool mich nach dem Ball bücken wollte. Und dann, keiner von denen hat hingeguckt, es war denen krass egal, was der Idiot da macht. Und dann habe ich mich gebückt und dabei bin ich so, ah! Und habe mich so langsam zur Seite gerollt und habe gemerkt, jetzt ist richtig was schiefgegangen. Da war ich beim Physiotherapeuten und der hat auch nichts auf die Reihe bekommen. Und da habe ich mir immer so Schlangengifte rein spritzen lassen bei so einem Wunderheiler irgendwie. Aber das war dann immer zwei Tage gut und dann war, ja Leute, ich weiß auch nicht. Eih, wow! Das habe ich jetzt, das ist wirklich wahr. Das ist ja auch zu viel Detail für eine Ausrede. Ja, das ist wirklich das war die komplexeste Ausrede. Glaubst du ihm, dass er sich Schlangengift in seinen Rücken hat? Ich würde ihm sogar glauben, dass er das selber gemacht hat. Ja, also so wenig wie der diese Rückenübung machen wollte, als ich ihm die vorgeschlagen habe, da habe ich kurz die Panik in seinen Augen gesehen. Ja, also Rücken ist das richtige Problem. Deswegen war das so geil, als wir schwimmen waren. Weil, da hat Paul schon recht gehabt, so schwimmen ist natürlich super gelenkschonend und du kannst trotzdem Sport machen. Und dicke führen da ihr Gewicht irgendwie nicht. Echt, ganz nice. Keine Ahnung, ich muss mal einen fragen, wenn ich einen sehe. Vorhin habe ich noch zu euch gesagt, ich finde, ihr beide seht halt gar nicht dick aus. Irgendwie ist euer Fett gut verteilt und habt ihr beide gesagt, ne, 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 wir sind schon richtig fett. Fettleibig sind wir. Unser BMI ist weit entfernt vom nächsten Schritt. Also wir sind fettleibig. Ja, aber BMI ist ja eh bescheuert. Ich meine, laut dem wäre wahrscheinlich Sebastian hier auch fett, weil du einfach viel Muskulatur hast und groß bist, ne? Ja, ist halt ein bisschen vereilt. Also was heißt, ich glaube, für die generelle Bevölkerung ist das schon ein okay Maß, sich irgendwie zu messen. Aber für Sportler nicht. Sportler eben nicht, weil die Muskelmasse, von der Größe her, Muskeln halt viel weiter, viel mehr wiegen als Fett. Ja, aber nur haben wir ja keine Muskeln. Und seht ihr uns als Sportler? Ja. Also nach der Seestern-Performance würde ich sagen, kratzt das zumindest an dem Begriff. Ja, aber ich meine, okay, wo fängt Sportler an, wo hört es auf, ne? Aber ich meine, in dem Moment, wo du einfach generell Muskulatur hast, weil du mehr machst... Ja, ich kann dir bei Chris genau sagen, wo es aufgehört hat. Als seine Tonlage, ich hab keinen Bock mehr. Als das nach ungefähr fünf Minuten kam, da war mir klar, ja, ich glaube, das ist nicht mehr lustig. Da hat man gesagt, ich glaube, der Seestern sieht Sterne. Ja, ganz kurz, wir haben es alle überlebt. Ja, wir haben es alle überlebt. Ich kann mich nicht mehr so richtig... Also meine Hauptbelastung waren diese Lunges oder was das war. Ja, das ist immer spannend. Und dieses Hoch-Runter, da hast du ja sofort lobend erwähnt, dass es der größte Muskel ist, deswegen am meisten Fett verbrennt wird. Ja, genau, so Beine, Oberschenkel, Po, alles, was das so beansprucht. Genau, aber ich kann jetzt tatsächlich nicht mehr so in die Hocke gehen, wenn ich unten... Leider haben ja beide Stores so ganz, ganz tiefe Schlösser, mit denen ich auf- und zuschließen muss. Und leider, wenn so ein Tag wie heute ist, hab ich ungefähr 413 Mal diese Schlösser auf- und zuschauen. Toilette wird morgen auch super, sag ich dir. Ja, ja, so runterbücken aufs Klo, das tut schon auch ein bisschen weh. Mega, vielen Dank. Ja, da nicht viel... Aber ich hab wenigstens durchgezogen. Also, mein lieber Chrissi... Aber hallo, also nee, ganz ehrlich, das ist so. Ja, du hast durchgezogen. Du hast krass durchgezogen. Fast, nee, die Burpees, das ist wirklich... Also, wie kann man überhaupt Burpees... Ja, wir haben ja Burpees mit so einem Ballwurf gemacht und da hab ich auch schon manchmal gesehen, wie du so den Ball runtergepfeffert hast und so richtig böse in meine Richtung geguckt hast. Da hab ich mich auch schon so ein bisschen angegriffen gefühlt. Ey, auch die Tatsache, dass du immer... Du täuscht dann immer so an und machst so Übungen von einem weg und guckst aber dann so untenrum, lukst du noch so durch und wenn man dann versucht, sich ein bisschen durchzuschummeln, dann gibt's sofort einen Nackenklatscher verbal. Quer über den Platz wird der Klingel, kommt Kim Jong-Imke durch den um die Ecke und schreit wieder ein bisschen. Aber mir hat's Spaß gemacht. Ich komm auch nochmal wieder, machen wir's nochmal. Ja, es hat auch sehr Spaß... Also, neben der Tatsache, und das war auch... Das hab ich mir heute, also aus dem Training... Es hat wirklich großartigen Spaß gemacht. Ich hätte nichts davon gemacht, wenn du nicht da gewesen wärst. Und du hast perfekt getimte Komplimente gemacht. Machst du das bewusst oder war das wirklich... Weil immer, wenn ich so ein bisschen kurz vorm Aufhören war, hast du so gesagt, sehr gut, Paul, das sieht toll aus. Und dann ich so, hui. Und dann mach ich doch nochmal drei von den Übungen. Ja, man sieht das ja schon, ne? Wenn du so bei den Mountain Climbers auf einmal so eine Zeitlupe machst, dann muss man nochmal einen hinterher pfeffern. Aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich so gut bin, das abzuteilen, wann ich jemanden anschreie von wegen Paul, das reicht ja gerade nicht. Und hey, das sieht super aus. Also da bin ich auf jeden Fall nicht die perfekte Person. Aber es hat, glaube ich, einfach heute gut funktioniert. Weil ihr auch, oder du zumindest, du hast ja auch ein Ziel vor Augen. Das ist ja unglaublich. Man muss schon erklären, sie hat mich kurz angeguckt. Im Pittsburgh-Training hattest du auch noch eins vor Augen. Da hast du gesehen, das ist so weit weg. Nein, Spaß. Also ich wollte eigentlich auf das Weight Watchers-Programm hinaus. Ja, sensationell. Da hast du ja wirklich so fast auch eine Zahl irgendwo vor Augen. Was hast du? Uhu. Uhu. Ich habe einen Traum, einmal ein Uhu sein. Und im Moment sind wir schon deutliche Uhus. Ja. Über 100. Genau. Wir wollen aber unter 100. Wie viele Kilo seid ihr noch entfernt? Es ist unterschiedlich gerade. Ja, das ist so schlimm. Müsst ihr den Podcast mal hören. Also wir haben ja einen Podcast. Ja, ich habe den gehört. Ich habe es aber wieder vergessen, wie viel es war. Ja, das sind so bei mir. 10, 15. Also du brauchst noch eine Woche. Ja, also bei Paul ist ja wirklich, also der geht ja in sehr, sehr großen Schritten gerade. Und bei mir sind es ein bisschen kleinere Schritte, aber... Sind Schritte trotzdem. Sind trotzdem Schritte. Sind keine Shuffles. Genau, so ist es. Sehr gut. Ah, okay. Aber was ich noch zu dem Programm fragen wollte, zu den Weight Watchers, zählst du so Punkte beim Essen? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Könntest du so um und bei sagen, was für Punkte du verballert hast beim Grillen? Äh, nee, das habe ich noch nicht eingetragen. Aber das musst du noch eintragen. Ja, ja, ja. Und dann, wie trägst du das ein? Ich habe fünf Auberginen gegessen und... Oh, was Wahnsinn. Und dann so... Aber das Öl ist, glaube ich, schwierig, weil das eigentlich nicht so richtig... Viel. Es war viel. Ja, es war sehr viel Öl. Ja. Okay, krass. Geschmacksträger und so. Du hast vorhin gesagt, wie viele Kalorien haben wir heute verbraucht an dem Tag? Also zumindest laut deinem Tracking, lieber Sebastian? Bis jetzt, das war es noch nicht vorbei, bin ich bei 5.600. 5.600, krass. Und wir haben wirklich nicht so viel gegessen. Wobei, man muss da ja auch ehrlich sein, dass... Ja, ich habe jetzt keine... Genau, wie genau, ähm, das alles ist immer relativ... Aber wir waren aktiv heute, meine ich. Aber wir waren den ganzen... Wir haben ja nur gestanden, gelaufen, gerannt, geradelt, gesurft, also geschwommen, den ganzen Tag eben was gemacht. Ja. Und bei großen Menschen, ich meine, wir alle wegen mehr, viel mehr als du. Ja, ich glaube, ich habe so 1.000 verbrannt. Verbrannt sich auch viel mehr, um das... Ja, voll. Aber was... Wir haben auch zum Beispiel auch so, während des Schwimmens oder Surfens, da war uns ja teilweise auch voll kalt und sowas darf man auch nicht unterschätzen. Ich merke das bei mir total, dass da mein Hungergefühl auch ganz anders ist, weil du halt so viel Energie verbrauchst, um deinen Körper aufzuheizen. Deswegen so dieses Kältebecken und all, das verbrennt halt auch noch unheimlich viel. Ja, aber trotzdem haben wir relativ clean gegessen. Das Abendessen, also das Mittag, das hat sehr lang gedauert. Wir haben nochmal zwei Stunden gekocht bei uns und da hat Chris sehr performt, muss man sagen. Da hat er zwei, drei Details aus meinen verbrannten Süßkartoffeln, und dann hat er kleine, wie sagt man, Röstaromen-Schiffchen oder wie hast du sie, was du da erfunden hast. Ich glaube, am krassesten fand ich den Cabbage, weil als der rauskam, war der einfach so aus wie so ein verkohlter Fußball. Und da dachte ich so, yo, Männer, das weiß ich jetzt nicht. Ja, sehr einfaches Gericht übrigens. Also man kauft einen Weißkohl, macht Alufolie drumherum, schmeißt den ins Feuer für ungefähr 45 bis 60 Minuten, nimmt den dann raus, macht die verbrannten Blätter, sind so ein, zwei außen ab, haut fünfmal mit dem Messer drauf, dass es kleingeschnitten ist, schmeißt es in eine Schüssel, Pfeffer, Salz, Zitronensaft, Olivenöl. Irgendwas Essigartiges war noch drin. Ja, Essig war auch noch ein bisschen. Das war super. Das war wirklich, das war ein Highlight, muss ich sagen. War sehr, sehr gutes Essen. Ja, also ich fand es auch toll und dabei haben wir ein alkoholfreies Bier getrunken und Paul hat mir heute, als ihr alle weg wart, haben wir uns noch ein Gummibärchen, haben wir uns gegönnt. Das habe ich gerne gesehen. Ein einziges. So ein ganz kleiner. Habt ihr euch eins geteilt? Nee, wir haben uns jeder eins gegessen. Kriegst du dir auch einen mit deinen Punkten? Ein Gummibär. Zwei Punkte oder so? Sind es zwei? Keine Ahnung. Nein. Wie viele Punkte darfst du am Tag verbrennen? 42 Punkte, darf ich fest. 42. Und kannst du mal ein Beispiel geben, irgendein Lebensmittel, was wie viele Punkte hat? Big Mac hat 25 zum Beispiel. Ach krass. Ein Avocado hat acht. Da gibt es sehr viele für null, also Gemüse, dann Obst ist ein bisschen, wegen Fruchtzucker, je nachdem, was es ist, aber per se, äh hier, der heiß geliebte Hüttenkäse, null Punkte. Kannst du so viel essen, wie du willst. Ach so, das heißt, es ist gar nicht so ein Energiedichte festgemacht, sondern einfach. Ich glaube, es sind halt Ballaststoffe so. Die sind halt froh, wenn du halt Proteine zu dir nimmst, statt halt irgendwelches schlechtes Zeug. Und deswegen sagen die Adidas hat null Punkte, weil iss davon ruhig so viel du willst, weil wenn du das gegessen hast, bist du Papsat, du hast dich trotzdem mega gut ernährt. Wenn du mal mit einem Ernährungsberater sprichst, wenn halt jemand zu dir sagt, ja, Früchte haben so viel Zucker und so, kommt halt relativ oft die Antwort, ja, ich hatte noch nie jemanden in der Behandlung, der mir ständig sagt, boah, ich esse nur Früchte und, keine Ahnung, Vegetables und ich bin so übergewichtig, weil es passiert halt einfach nicht. Ja, ich glaube, was eh in unserer Gesellschaft schwierig ist, ist, dass Leute verteufeln Zucker und Kohlenhydrate ja komplett. Und du brauchst das halt schon für dein Gehirn, braucht halt Zucker. Wenn du halt nie Zucker oder Kohlenhydrate isst, dann zieht dein Körper das ja irgendwie dann aus anderen Quellen. Also du brauchst es schon. Deswegen Fruchtzucker auch nicht schlecht. Ja, also aber es ist halt nur so, du darfst da nicht Unmengen an Erdbeeren halt in dich rein. Also da gucken die halt ein bisschen. Aber ey, ansonsten, das ist ja, was an dem Programm tatsächlich geil ist, ist, das hat mir zumindest geholfen, wenn ich Alkohol trinke, ich trinke einmal die Woche Alkohol und wenn ich Fleisch esse, auch das tue ich einmal die Woche, da wieder so zurückzukommen. Also so, das ist so, du hast halt, das ist ein bisschen langfristiger gesehen und das ist ein bisschen über die Woche und wenn du vier Tage clean gegessen hast, dann ist das jetzt nicht so, jetzt ist es gebrochen und jetzt ist alles scheiße, sondern du bleibst so ein bisschen am Ball einfach am Ende. Das ist tatsächlich ganz cool. Ich glaube, du bist auch bewusster wahrscheinlich, weil wenn du, du bist nicht wie ich, die einfach irgendwie rum, da steht irgendwas zu essen und dann schiebst du dir mal was im Mund, sondern du guckst ja wirklich genau, ah, gönne ich mir das jetzt für diese 5, 6, 7, 100 Punkte? Ja. Oder halt nicht. Deswegen eigentlich echt. Ich glaube, vor allem ist es halt auch für Leute cool, die eigentlich gar keinen Lebensrhythmus haben, was dieses Ernähren angeht. Also das ist ja bei den meisten, die so aussehen wie wir, ist es ja so, dass die halt einfach sich darüber keine Gedanken machen, sehr impulsiv essen und dann halt auch so Stress essen oder sonst irgendwas machen. Ich glaube, wenn du dann erstmal, ich glaube, dann musst du sowas wie lernen. Seid ihr Stressesser? Bist du Stressesser? Ja, schon auch. Also, aber dann musst du das halt wie lernen, sodass du halt sagst, okay, gut, wie kriege ich da jetzt ein Konzept rein bei mir in die Ernährung und dann hilft das natürlich mega gut, weil dann kannst du halt sagen, okay, gut, alles klar, jetzt lerne ich das mal neu, wie ernähre ich mich eigentlich über den Tag und dann wirst du das auch irgendwann verstanden haben. Also dann weißt du auch ungefähr, ob du es jetzt einträgst oder nicht, okay, das war jetzt so und so, das war jetzt so und so und ich weiß ungefähr, was ich heute verbraucht habe und was ich heute so gegessen habe und dann, glaube ich, hast du relativ schnell so einen coolen Weg für dich. Also bei mir ist zum Beispiel so, das aber auch hormonell bedingt, glaube ich, natürlich, wenn man übermüdet ist, dann geht meine Ernährung sowas von dem Bach runter. Mein Hungergefühl ist so over the top und ich esse einfach alles, und auch schlecht. Also dann, wenn der Körper eigentlich wirklich was Gutes brauchen würde, ist man nur scheiße. Total, aber ich meine, du siehst ja schon auch, das muss man ja schon mal zugeben, also wir sitzen jetzt hier zu viert an einem Klavier, zwei davon schwitzen wie Schweine und raufen sich die ganze Zeit durch die Haare und zwei andere sitzen hier völlig entspannt und euch ist weder heiß noch irgendwas. Ich meine, wir müssen einfach tatsächlich einfach mal Gewicht verlieren. Also es ist ja ungesund, so wie wir so durchs Leben gehen und so und ihr seid, also wir müssen ja nicht so aussehen wie ihr, aber wir müssen einfach gesunder. In so einem Raum sollten wir jetzt hier ein Gespräch führen können, über 51 Minuten, ohne so, also so zu schwitzen, so gestresst zu sein, so was auch immer, was natürlich was Körperliches ist. Und das ist schon was, also so, wenn ich 110 Kilo wiege, dann fällt es mir schwer, in den vierten Stock hochzukommen, ohne irgendeine Diskussion. Also so, und das ist halt komplett low, allein schon irgendwo eingeladen zu sein und in den vierten Stock hochzulatschen und dann sich zu überlegen, oh Gott, oh Gott, also das ist eine Lebensqualitätseinbuße, die so hoch ist, dass ich zumindest für mich und wir ja auch irgendwie gemeinsam gesagt haben, dass wir das jetzt verändern müssen, was am Ende schon echt gesundheitlich ist. Und ob das mit Weight Watcher, also damit was auch immer ist, ist total egal eigentlich am Ende. Hauptsache man lebt ein bisschen gesunder und das ist schon was, was glaube ich, zumindest für uns sehr, sehr gut im Moment funktioniert. Ich habe, ey, ich war letzte Woche war ich bei jemandem zu Hause und dann kam die Mutter rein, die Oma sozusagen, also Freunde von uns und dann kam so eine 70-jährige Frau rein und dann haben die irgendwas erzählt und machst jetzt hier weh, weh und bla und dann sind die dann da und dann hat sie mir so ganz stolz so ein Album gezeigt. Ich mache seit 36 Jahren Weight Watchers und muss sich immer einmal im Jahr fotografieren und wiegen. Und diese Fotos sind in so einem Album drin und die hat immer das gleiche Outfit an. Das fand sie dann irgendwann lustig und die hat über 36 Jahre nie mehr als ein Kilo zu- oder abgenommen. Und die ist jetzt 70. Ob das jetzt an Weight Watchers liegt, erstmal egal oder WW, wie sie inzwischen heißen, ist alles total egal. Sich bewusst zu ernähren, finde ich ein krasses Ziel und sowas sagen zu können, dass man mit 70, sage ich, die letzten 30 Jahre, weil das kann ich über meine letzten fünf Jahre nicht sagen. Ich habe 98 Kilo gewogen, also stimmt nicht, ich bin nie unter 100 gekommen in den letzten zehn Jahren, glaube ich, aber ich habe halt 102 gewogen und sah relativ fit aus und habe viel Sport gemacht, aber auch 126 und war völlig im Horror. Und dieses Auf und Ab, das muss ich mal in den Griff kriegen für mich, das kann ich nur über mich sagen. Und das heißt ja nicht, dass wir so aussehen wie ihr und 7000 Burpees am Tag machen können, sondern das heißt einfach nur, dass wir ein bisschen gesunder sein müssen, weil das, also ich, für mich muss das verändern. Und das ist ja schon auch die, bei allem Gag, das, was wir gerade versuchen, ist auch bei Chris so ein bisschen, mit einem kleinen Schubser in so ein bisschen bewusster Essen und ein bisschen unterschiedlicher auch Sachen und diese ganzen zusätzlichen Sachen, dass man besser schläft, dass man ein bisschen besser aufwacht. Also du machst das ja auch mit Whoop und so weiter, dass man irgendwie trackt, wo, wie, was auch immer. Und mir, mir hilft halt Accountability. Ja. Mir hilft es total zu sehen, habe ich das jetzt 28 Tage gemacht und das hattest du ja wahrscheinlich in deiner Sportkarriere relativ viel, oder? Dass du siehst, wie viele Trainings, also du hast ja nicht den Moment, dass du irgendwie nur zweimal die Woche trainierst oder sowas, oder? Nee, also, mein normaler Körper, mein, mein, wie ich halt aussehen soll, sagen wir mal, ist so, wie ich jetzt halt bin. Und als, als Footballer, ich war 151 Kilo, das, ich musste mir das wortwörtlich anfressen. Aber das war dann im Prinzip das Gegenteil, was ihr jetzt wahrscheinlich macht. Ich habe, äh, esslöffelweise Olivenöl zu mir genommen morgens. Das ist so krass. Äh, um zuzunehmen. Kalorien, 120 Kalorien pro Esslöffel. Einfach das, äh, wo ihr Kalorien gezählt habt, oh, darf ich nicht, um drunter zu bleiben. Für mich muss das, okay, hier ist meine Baseline, ich muss drüber sein, um Gewicht zuzunehmen. Äh, und klar, jeden Tag Training, jeden Tag Laufen, jeden Tag Gewicht, also Football Training, dann aber auch Gewicht heben, etc. Äh, ein mentaler Stress, den ganzen Tag auf den Beinen, all solche Dinge. Und wie gesagt, 150 Kilo zu halten, war für mich nicht einfach. Ähm, wobei ganz klar, es ist einfacher, das so zu machen, als abzunehmen, weil, klar, dann liegt da halt ein Big Mac rum, oder keine Ahnung, den kannst du dir halt nehmen, weil, ob du ein bisschen, mit dem Fett kannst du halt spielen, sagen wir mal, ähm, und dann beim Abnehmen im Prinzip, für mich, ich hab dann 35 Kilo innerhalb von, acht Monaten oder so, ähm, abgenommen. Als du aufgehört hast? Als ich aufgehört habe. Ähm, vielfach Muskelmasse, das war nicht ganz klar fett, aber ich wurde auch, zwölf Operationen generell gehabt, aber dann vier Operationen in meinem letzten Jahr, ähm, und dann, Ober- und Unterkörper heißen, ich konnte im Prinzip nicht mehr Gewicht heben und dann fiel die Masse halt wirklich wortwörtlich ab und dann war es zu mir so, okay, ich gehe eh in Rente, das ist sportliche Rente und dann mache ich es einfach weiter, aber auch ganz krass gemessen, wie, was meine, meine, äh, Basis, ich weiß nicht, ob es deutsch ist, also wie viele Kalorien man eben verbrennt und dann wusste ich ganz genau, aber ähnlich, was ihr beschrieben, weil ich weiß dann aber auch, keine Ahnung, der Bagel mit Cream Cheese hat so und so viele Kalorien und ich rechne die dann im Kopf irgendwann zusammen, da war aber bestimmte Zeit für sechs Monate, wo ich mir jedes einzelne ein paar Verflöckchen aufgeschrieben habe und die Kalorien gezählt habe und ich wollte halt immer, ich habe es auch viel zu extrem gemacht, aber so 1000 Kalorien, 1500 Kalorien pro Tag drunter sein und die Funde fielen halt ab, ich war aber, bin sehr obsessiv, also, äh, das heißt also, wenn ich irgendwas möchte, ich komme da mental gar nicht mehr raus, sondern wird dann alles dafür gegeben, um das Ziel zu erreichen, ich hatte so, äh, sticky notes, ähm, an meinen Spiegel gehangen und mir, weiß ich noch, 1. August so und so viel werde ich wiegen und dann, das ging dann, ich versuche natürlich, mir mein eigenes Ziel zu unterbieten, kalorienmäßig und gewichtmäßig dann am Ende, hat dann alles wunderbar geklappt, bis meine Frau mir dann irgendwann gesagt hat, hey, äh, Skinny gar, hör mal auf und, äh, Also ich wollte gerade fragen, wie bist du, das war dann der Punkt, wo du, wo du rausgekommen bist, hast gesagt, okay, das reicht jetzt, da brauchtest du deine Frau, sonst wärst du wahrscheinlich in so eine, wärst du in so eine Spirale geraten? Ja, nee, so schlimm jetzt nicht, ich war immer noch 120 Kilo, also ist jetzt nicht so, ich bin bei irgendwas, ähm, aber, ähm, Aber von der Denkensweise, also wird es dann immer weiter, 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 immer weiter, irgendwann, wenn ich, wie gesagt, irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann gibt es für mich ja keinen Schlusspunkt, schon sehr Tunnelvision und rein und, da gibt es nichts anderes, also, ich stand dann am Morgens mit meiner Waage, Haferflocken gemessen, okay, das sind dann so und so viele Kalorien, okay, ein bisschen raus, nochmal, äh, klar, sehr extrem, ähm, aber das heißt dann auch, wenn meine Kinder und Frau sich irgendwie Pizza holen, hol ich mir halt einen Salat und nehme die Kutrons raus, weißt du, also Brot und so, also schon, schon zu extrem, jetzt zurückzublicken, aber, wie gesagt, ging dann auch schnell und war wahrscheinlich nicht die, die gesündeste Art und Weise, aber es hat für mich halt funktioniert. Aber, heute hast du ganz normal gegessen jetzt, ne? Genau, so restrictive werde ich auch nicht, weil dann hast du auch kein soziales Leben, also, für mich, das ist alles meine eigene Einstellung, ganz normal gegessen und ich zähle auch keine Kalorien mehr, ich weiß so generell, okay, heute ist ein aktiver Tag, jetzt kann ich ein bisschen mehr von dem und da, äh, aber ich sag mal, es fluktuiert, also, ich muss nicht immer einen Sixpack haben und so, also, keine Ahnung, ich weiß, ich kann es, wenn ich möchte, aber es muss nicht sein und, das ist so ein bisschen für mich der Spiel, und das muss ja jeder für sich selbst wissen, ein Spiel zwischen Sozialem und Gesundheit. Imke Sixpack für Paul, was denkst du, was muss er machen, damit er, äh, wann in diesem Jahr könnte der Mann noch mal mit einem Sixpack aufschlagen, wenn er wirklich richtig durchzieht? Ein bisschen weniger rumheulen beim Zirkel, ich glaube, dann wird's. Spaß. Also, welcher Monat? Das ist doch nicht möglich, ich kann doch keinen Sixpack mehr haben. so wie, ja, nee, ich muss, also, wenn wir ganz realistisch sind, glaube ich das auch nicht, ähm, auch, vor allem, weil es ja im Alter immer, im Alter, sag mal, dass du älter man wirst, was ihr euch hier anhören müsst, ich bin zu müde, um irgendwie so auf Höftigkeit zu achten, also, da ist es einfach schwieriger, Muskulatur aufzubauen, ja, also ich könnte jetzt mit dir irgendwie viermal die Woche ins Gym rennen, und trotzdem wird's übelst lange dauern, bis wir bei dir richtig nochmal Muskeln aufbauen. Aber wie lange? Wie lange? Boah, ich bin echt kein Profi, ne, aber, kommt drauf an, wie du durchziehst, du müsstest natürlich, und das ist auch spannend, du müsstest wahrscheinlich erst mal mehr Protein essen, als du jetzt isst, weil wir haben vorhin zum Beispiel gesehen, haben wir nur Gemüse gegessen, und du musst halt deine Protein zuvor, oder morgens auch, wir haben morgens Acai-Bowl, und jetzt so am Nachmittagabend haben wir halt nur Gemüse und ein paar Kohlenhydrate durch die Süßkartoffeln, das heißt, wir müssen viel mehr Protein ballern, damit da überhaupt Muskulatur auch so wachsen kann, wachsen und gedeihen kann, ne, der, der Hüttenkäse, der Hüttenkäse kommt da auf jeden Fall so wieder zugute, aber auch ein bisschen was, ja, Fleisch, es geht auch natürlich auch unvegan, äh, vegan meine ich, dass wir da auch noch hinhauen, aber wahrscheinlich bräuchten wir ja schon so solides Ja, bis wir da richtig mal Muskeln überall rankriegen, das ist zu lang. Du kannst halt, der Sixpack ist auch eine utopische Vorstellung von Fitness, hat mit Fitness sehr, sehr wenig zu tun, du kannst ja die krassesten Bauchmuskeln haben, wenn du eine kleine Fettschicht drüber siehst, du halt nix. Und dazu kommt, da ist ja auch super viel Genetik, also ich kenne Leute, die sind gar nicht so fit, renne einmal ins Studio und du siehst sofort Ansätze von einem Sixpack, also wo du dein Fett einlagerst, ist zum Beispiel auch genetisch, wie deine Bauchmuskeln angeordnet sind, ist genetisch. Zwar kannst du das durch Training beeinflussen, aber halt auch nur zu einem gewissen Grad. Okay. Ich habe noch eine Frage, also ihr zwei seid schon in den Top 5 der fittesten Menschen, die ich je gesehen habe, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Chris, aber wer sind die fittesten Menschen, die ihr je gesehen habt? Live gesehen oder? Nö, wenn du jetzt... Boah, das ist doch nicht. Weißt du, auf Anni? Leute bei mir im Team. Also ich meine, ich hatte Jamie Collins zum Beispiel, sagt jetzt wahrscheinlich den Deutschen, der nicht so viel war ein Linebacker bei den Patriots, der ist unser Conditioning-Test, also so ein Leistungstest, wie konditionell du vorbereitet bist auf die Saison, mit Zoom im Mund gelaufen, die ganze Zeit. Also Sprints, also richtig Vollgasprints, hat den Mund nicht einmal aufgemacht. Chris auch nicht heute. Da war der Mund auch schnell zu, ja. dann denkst du halt, was ist denn hier los? Oder keine Ahnung, wie hoch die jetzt springen können und so. Aber das war für mich so, okay. Ich meine, wenn du dich vorbereitest, ist der jetzt nicht super anstrengend, aber mach das mal da draußen, lauf mal 20 Vollgasprints und atme nur durch die Nase. Ja, guter Punkt. Ich muss sagen, mir fällt jetzt keine Person ein, die ich jetzt richtig gut kenne, aber mir fällt auf, dass bei mir im Gym in Hamburg, im Elbgym, sind sehr viele Football-Spieler und da bin ich immer wieder beeindruckt, weil die halt wirklich ja fast doppelt so breit sind wie du, also das sind ja noch aktive Spieler, die sind sehr schwer, sind, boah, du siehst von hinten schon schmal aus wieder. Wenigstens kriegst du auch noch einen ab. Dass ich hier, wir werden hier die ganze Zeit das so schreien. Oh, da zieht er die Superbowl-Ringe an. Wie viele Ringe hast du geholt, Imke? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hab ja, dazu möchte ich mal ganz kurz sagen, als wir vorhin auf der Straße waren, da muss ich kurz reinschreien, da waren zwei kleine Kinder und Paul wollte diese Superbowl-Ringe präsentieren und hat gesagt, guck mal, das sind Superbowl-Ringe, cool, ne? Und dann sagt der kleine Junge so, nein, no, 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 that's a real ring und zeigt auf meinen Family Ring hier. Und ich dachte so, ja, Bruder, das ist ein Ring, ne? Fand ich sehr stabil. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also generell Football-Spieler, die sind eben, die sind schwer, die sind groß und breit und trotzdem springen die dir einfach auf so eine 1,50, 1,80, was weiß ich, so Box aus dem Stand und sind halt super athletisch und gut gedehnt und explosiv und das finde ich immer faszinierend. Aber kommt auch auf die Position an beim Football, ne? Was für eine Körperstatue man hat. Ja, nein. jetzt sind wir im Profibereich, also in der NFL, was halt, was ihr, ich sag mal, der Normalbürger, wenn da halt jemand, wenn ich jetzt sage, 150 Kilo, ja, trotzdem laufen diese, diese Athleten jedem Normalbürger davon. Ja. Also dieses, das ist alles relativ, sind immer noch ein paar der schnellsten Menschen, immer noch sehr athletisch, all diese Dinge. Es hat nur, klar, gebremst durch, ich sag jetzt mal, den Fett und die große Muskelmasse, es hat gemischt durch den Fett und dann Gewicht heben und klar, schnell laufen etc. Aber ja, klar, ist ein Running Back Receiver natürlich athletischer als ein Offensive oder Defensive Lineman. Ohne Frage. Aber klar, ich kenne jemanden, der war in seiner aktiven Zeit wahrscheinlich 165 Kilo. Schwer mit dem mitzuhalten, was der halt an Geschwindigkeit bringen kann. Also schon. abgefahren. Leute, ich spiele jetzt noch ein Klavierstück und ihr, Chris, wer gewinnt den Superboy? Ich hätte gerne, dass ihr während ich Klavier spiele. Wer spielt denn? Wirklich, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, also wir haben, wir sind. Imke, weißt du das? Nee, deswegen war ich auf seine Antwort. Leute, ey, das ist doch nicht euer Ernst, ihr kommt hier nach L.A. zum Sportereignis, zum größten Einzelsportereignis, was es weltweit gibt, um damit schon mal loszulegen. Wir wollten uns überraschen lassen. Genau. Wer da so, welche Farben da so stehen. Können doch mal auf die Schilder gucken, die ja an jeder Straßenecke sind. Ich bin gefühlt eben erst angekommen. Ich habe auch kein Stück gesehen, meine Augen fallen gerade zu. Also hau rein mit deiner Hand. Wo es L.A. auf der einen Seite, wo wir gerade sind, was schon sehr, sehr eine coole Situation ist. Ja. Und dann hier ein bisschen Underdog-Story. Ist doch völlig egal. Cincinnati-Bangos. Wie heißen die? Nee, wie interessiert mich wirklich? Doch, Cincinnati-Bangos. Die haben nur seit 31 Jahren nichts mehr gewonnen. Okay. Und L.A., wann haben die zum letzten Mal gewonnen? So ungefähr? Zehn Jahre her? Die sind ja nicht mehr die, also in L.A. haben sie noch nie gewonnen, weil die werden ja verkauft von Ort zu Ort. So, ja. Ach so, okay. Wie halt quasi, ja. Und die Rams waren davor in St. Louis, ne? Richtig. Und da haben sie, glaube ich, einen Superbook gewonnen. Aber, also. Ja, auch mal. Und der Favorit ist L.A. wahrscheinlich, ne? Weil auch Heimspiel und, äh. Jetzt bin ich kein, kein wettender Mensch, aber ich gehe mal da stark davon aus, dass die Lions da für die, ja, es hat mit dem Heimspiel, die sind eigentlich das Auswärts-Team, haben nur Glück gehabt, dass es halt hier ausgetragen wird. Offenbar, Pierre wahrscheinlich das stärkere Team, aber die Bengals waren jeden Playoff-Spiel haben sie natürlich jetzt gewonnen und im Super Bowl zu sein. Na klar, haben sie auch eine Chance. Okay, super guten Kicker. Das war eine richtige Fußballer-Antwort gerade übrigens. Richtig um den Brei rumgeredet und nicht so richtig eine eigene Meinung abgegeben. Die ist richtig, die ist frech heute, ne? Was jetzt passiert, die wird immer fieser. Ist doch wirklich so. Oder, möchtest du das auch? Die werden doch auch immer so gewonnen. Ja, was ist denn da los? Ja, sorry, aber du hast gesagt, ja, auf dem Papier sind die beide stark. Ja, sonst wären die auch nicht da im Finale. Ja, genau. Das ist ja meine Antwort. Wow. Das ist eine Frechheit. Ja. Wow. Imke, wer gewinnt? Wer holt den Super Bowl? L.A. Rams. Wie heißt es nicht? Haben wir nicht gehört, so richtig. Rams oder Renz? Renz heißt es nicht. Also die Start-Renz. Welche Farbe haben die? Welche Farbe haben die? Ja, was? Langsam. Lila. Für ein Super Bowl Special ist das jetzt hier, also ich glaube, wir müssen die Sendung anders nennen. Das ist ein Tag in Newport Beach einfach. Finde ich auch gut. From dusk till dawn. Also ich finde natürlich, kann ich mal noch was anderes zum Super Bowl sagen. Ich freue mich natürlich auf die Halftime-Show. Ja, das stimmt. Weil die wird wirklich, glaube ich, legendär. Oder? Also wer ist alles am Start? Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem. Das ist schon sick. Also das ist schon ein richtig heftiges Line-Up. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ansonsten Super Bowl, ich sage ganz ehrlich, beim Football ist mein Problem, ich habe die Regeln nie verstanden oder ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich habe ja auch schon mal mit dir heute irgendwie im Whirlpool ein bisschen gequatscht. Das ist ja wahnsinnig taktischer. Ganz normaler Satz. Er hat uns ein bisschen besprochen im Whirlpool und ist ja halt so super taktisch. Also du musst dir ja so mega viel Zeug in die Rübe kloppen und so wie ich das auch jetzt 31 Jahre gemacht habe, nur halt woanders rein. Aber ja, aber du musst... Das ist ja hier der Ausknopf. Nein, das ist besser. Du musst ja... Ich versuche jetzt, ich versuche nochmal einfach, ich versuche das, was sie gerade eingerissen hat. Ich will dich noch mit einem guten Gefühl hier rausgelassen, weil ich sage, ich bin einfach nur zu blöd, das zu checken, was ihr da leistet. Deswegen ist das Einzige Grund, warum ich nie richtig super bei dem Football-Shot-Up. Also de facto war das, das correct me if I'm wrong, aber ich habe dieses Jahr so viel Football geguckt wie noch nie und ich glaube, die letzten sechs Playoff-Spiele, sieben, waren die krassesten, also waren in den Top 20 Sportereignissen, die ich je gesehen habe, weil jedes Spiel ultra knapp war, ultra geil, mega spannend, hinten raus, ich stand schreiend vorm Fernseher, habe gejubelt, habe geschrien, habe was auch immer gemacht. Also es ist so, als Sport-Fan ist es wirklich krass gewesen, was sich da dieses Jahr abgespielt hat und deswegen wird das Super Bowl, also das wird ja nochmal krasser wahrscheinlich, oder? Also das wird... Absolut, absolut richtig gesagt. Wir hatten in den letzten Jahren, Jahrzehnte vielleicht, immer ein Team, das so weggelaufen ist während der Saison und dieses Jahr, wie du gesagt hast, war halt kein Überflieger und dann, wenn der Überflieger, jetzt nimmst du halt so Kansas City, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, hat dann auch verloren am Ende und das ist halt wirklich das Interessante an dem Sport und dieses Jahr ist es halt noch extremer und noch gleicher. Deshalb meine politische Fußballantwort. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hättest du eigentlich gedacht, damals, dass du Profi wirst, oder? Also ich dachte schon, dass ich eigentlich am Anfang... Achso, die war nicht für mich. Ich habe ein Scholarship für die Uni bekommen, habe da zwei Abschlüsse gemacht, das war schon eher schulisch angesehen für mich und dann in meinem letzten Jahr gehofft, sagen wir mal, gedacht, geglaubt. Ich meine, die Durchschnittskarriere ist drei Jahre. Am Ende da, ja, acht Jahre da rum, ja, ein paar Superbootsgewinne, träumst du halt nicht von. Das ist für Amerikaner ja schon schwer und dann halt als Ausländer da anzukommen, das zu machen. Hätte ich mir nicht träumen lassen und ich weiß es halt echt wertzuschätzen, das ist schon ein Dream come true für mich. Ja, man auch, dass du das wertschätzt. Aber hattest du so noch eine andere Sportart zu, weil voll viele haben ja dann so zwei Sportarten, in denen die wahnsinnig gut sind, wo sie es aussuchen können, was sie machen. Also ich meine, du bist ja auch sehr, sehr groß, hast du auch Basketballambitionen gehabt? Nee, aber schwimmen. Ich war Leistungsschwimmer für eine lange Zeit. Gut, dass wir nicht schwimmen wollen, eigentlich. Ich habe das auch sehr genossen und habe auch erst mit Football mit 17 angefangen. Okay. Ach krass, das ist super spät. Ja. Krass, das ist wirklich spät. Aber Dirk Nowitzki hat auch so super spät angefangen, Basketball zu spielen. Also bei dem, der war auch, ich glaube, 16, 17. der war früher Tennisspieler. Und deswegen, ähnliche Story. Ist ja sowieso eine ähnliche Story, wenn wir mal ehrlich sind. Er ist der erfolgreichste deutsche Basketballspieler. Nein, also, also ja, ist er. Also ich wollte das nicht sagen, sondern, dass er, ich meine, ist nicht nur als Deutscher einer der Besten, der je gespielt hat, ist als NBA, MVP, alles. Er ist einer der Besten der Welt, den es je gab und geben wird und alles. Aber schon Botschafter für den Sport und das bist du ja auch. Also das ist ja... Ja, sogar mal offizieller Titel mit der NFL. Genau. Also das stimmt und das liegt mir auch, weil der Sport mir persönlich halt so viel gebracht hat von, ähm, ja, wie gesagt, den Sport selbst auszuüben, aber alles drumherum, was der Sport und Football in der Highschool und College etc., was der halt einem beibringen kann. Was andere Sportler natürlich auch können. Ich kann nur meine Geschichte erzählen. Und wenn ich, ähm, Deutschen dieses Erlebnis ein bisschen näher bringen kann, können sie dann entscheiden, ob sie es lieben oder nicht. Aber das ist schon eine coole Veranstaltung, die andere Sportarten einfach so nicht liefern, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest. Aber irre spät immer, ne, mit der Zeitverschiebung. Kann man da mal... Das ist natürlich doof. Für Primetime-Games am 20.08. East Coast Time zumindest. Ja, das ist, ja, so Superbowl, die Leute sich's angucken, spät. Aber deswegen gibt's jetzt zwei Spiele in München. Und damit hören wir jetzt auf, oder? Mit deinem Klavierstück? Achso, ich wollte noch Klavier spielen. Ich krieg das aber nicht auf, weil das sich so verkannt hat. Okay, dann spielen wir jetzt was ein. Also, was? Nee, ich spiele jetzt was. Achso, du spielst das Tochter. Ich kann nur mit einer... Oder ja, sehr gut, vielen Dank. Da wird aufgehalten. Was soll ich denn spielen? Denn, du kennst alle, Chrissi, die ich vorspielen soll. Das, was ich vorher nicht erraten konnte, was es ist. Vielleicht könntest du deine Zuschauer erraten, Zuhörer. Ja, oder du hast noch nicht geraten, ne? Nee, ich weiß noch nicht, worum es geht. Ja, ein Stück und du musst jetzt raten, was es ist. Okay. Schon mal gehört irgendwie? Jetzt vielleicht? Oder so? Nee, wenn du es mir sagst, aber komme ich nicht drauf. Nee, Ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich bin fast drauf gekommen. Ich habe wenigstens einen Interpreten geraten. Es ist Justin Bieber. Ja, ich wollte schnell... Sorry, hast du es dann. Ja, und ich würde das gute Schlusswort. Sorry. Von mir müsste das kommen, sorry, auf meiner Seite. Sorry. Tschüss. Ciao. Ciao.